Also die Aufgabe 48, wie gesagt, die habe ich in der englischen Übung schon mal diese Woche gerechnet. Da habe ich die Schaltung noch so ein bisschen im Kopf. Also da gibt es auf jeden Fall auch eine Spannungsquelle. Und dann gibt es eine Schaltung aus vier Widerständen, nämlich einem Widerstand, der direkt in Reihe zu der Spannungsquelle angeschlossen ist. Dann gibt es einen Knotenpunkt mit einer Stromverzweigung. Und wir haben einen zweiten Widerstand. Und dann gibt es noch zwei weitere Widerstände, die dann zueinander in Reihe und gemeinsam dann eben parallel zu diesem Widerstand hier sind. So, die sind in der Schaltung, glaube ich, so nummeriert, dass das R1, R2, R3 und R4 sind. Und die Quelle heißt UQ und ist wie groß? Das sind 100 Volt. So, und der Widerstand hier sind, glaube ich, 30 Ohm, richtig? Das hier sind 210 Ohm. Das sind... Das sind auch 30? Sind das nicht irgendwie 75 und 30 oder sowas? 30 und 75, okay. Also 30 Ohm und 75 Ohm. Okay. So, und was ist laut Aufgabenstellung gesucht? Genau, also man soll ausrechnen, in welchem Widerstand die größte Leistung umgesetzt wird und wie groß die ist. So, und im Grunde heißt das, naja, also wir können jetzt mal raten, welcher Widerstand ist das, welcher könnte das sein? Also Leistung, wenn wir wieder eine Formel für Leistung hinschreiben, wie wir es gerade schon mal gemacht haben, kann ich elektrische Leistung ausrechnen aus U mal I. Also Spannung mal Strom. So, und jetzt kann man da schon auch drauf schauen auf das Schaltbild und könnte sozusagen, na raten, an welchem Widerstand habe ich viel Spannung und viel Strom? Ja, also könnte sein, ja, weil, also durch den fließt auf jeden Fall der meiste Strom durch, ja, weil das ist ja der, der den gesamten Strom dieser Quelle abbekommt. Aber ob jetzt über dem, die auch viel Spannung abfällt, die dann viel Leistung macht, schwierige Sache, ja. Also über dem hier zum Beispiel wird viel Spannung abfallen, ja, weil der ja die ganze restliche Spannung bekommt, aber der ist auch relativ groß. Das heißt, da wird nicht so viel Strom fließen. Ja, und hier hinten, ähm, wird vielleicht viel Strom fließen und, naja, dann fällt aber über dem hier auch viel, viel Spannung ab. Also das könnte auch der sein, ne, also von den beiden müsste auf jeden Fall der sein mit mehr Leistung, weil der ist einfach der gleiche Strom, mehr Widerstand, mehr Spannung bekommt. Aber, nichts Genaues weiß man nicht, ne, kann man jetzt nicht so raten. Also, was müssen wir im Prinzip machen? Genau, wir müssen alle Ströme Spannung berechnen und im Prinzip alle Leistung berechnen von allen Widerständen. Und dann können wir fundiert entscheiden, in welchen die meiste Leistung umgesetzt wird. Also machen wir das und, äh, wie du schon gerade richtig vorgeschlagen hast, wir rechnen mal den Gesamtwiderstand aus. Und wie groß ist der? Oder wie können wir ihn ausrechnen erstmal? Was können wir als Formel hinschreiben? Genau. Genau, R3 plus R4, ich schreibe das erstmal so hin, so, äh, zu dem ist dann... Genau. Genau, dann haben wir noch in Reihe R1. So, und jetzt können wir das ein bisschen mit Zahlenwerten füllen. Also, du hast schon richtig gesagt, 30 und 75 sind 105 Ohm. Und die 105 Ohm haben wir jetzt parallel zu den 210 Ohm. Und dann kommen da immer noch 30 Ohm dazu. So, wie kann man diese Parallelschaltung ausrechnen? Genau, das Produkt von den beiden geteilt durch die Summe. So, wer hat das mal eben rasch ausgerechnet? Genau, da müsste 70 rauskommen. Also man kann das auch ein bisschen vielleicht sozusagen im Kopf geschickter rechnen. Was fällt einem auf, wenn man 105 und 210 sieht? Das ist das Doppelte. Also ich könnte auch im Prinzip so rechnen wie 1 parallel zu 2. Ja, dann hätte ich 1 mal 2 geteilt durch 1 plus 2. Hätte ich genau 2 Drittel. So, also wenn das 1 wäre und das 2, würde 2 Drittel rauskommen. Es ist aber nicht 1, sondern es ist 105 mal so groß. Also habe ich 2 Drittel von 105. Also ich muss 105 durch 3 teilen und mal 2 rechnen. 105 durch 3 sind 35 mal 2 sind 70. Aber man kann es natürlich auch einfach in den Taschen rechnen. Also kommt daraus 70 Ohm plus 30 Ohm und das sind dann zusammen wiederum 100 Ohm. Das kann man super im Kopf rechnen. So, und dann sieht man, dass das schon so ein bisschen, so ein einigermaßen konstruiertes Zahlenbeispiel ist. So, jetzt kennen wir diesen Gesamtwiderstand. Wenn ich den Gesamtwiderstand kenne, was kann ich als nächstes ausrechnen? Den Strom. Ich kann hier oben den Strom, den nenne ich mal I1, weil der durch den Widerstand R1 fließt. Den kann ich ausrechnen. Wie rechne ich den aus? Genau, U durch R, also unsere Gesamtspannung. Ja, weil das ist ja die Gesamtspannung, die über dem Gesamtwiderstand abfällt. Also UQ durch R gesamt 100 Volt durch 100 Ohm. Ohm sind Volt durch Ampere. So, dann kürze ich die Volt weg, es bleiben Ampere über. Das sollte ja für den Strom auch so sein. Und 100 durch 100 sind 1. Genau, also kommt da ein Ampere raus. So, ein Ampere, das hier oben fließt. So, wie können wir damit weiterrechnen? Wir können die Leistung ausrechnen, schon mal in dem ersten Widerstand, weil wir vorhin ja gesagt haben, wenn ich jetzt das ohmische Gesetz einsetze, kommt da auch I² mal R raus. Und das heißt, ich könnte schon mal die Leistung P1 ausrechnen, weil das wäre ein Ampere zum Quadrat mal 30 Ohm. So, und Ohm sind immer noch Volt pro Ampere. So, dann kürze ich sozusagen einmal ein Quadrat. Na, 1 zum Quadrat, okay, ist 1. Dann kann ich einmal ein Quadrat von den Ampere und Ampere wegkürzen. Volt mal Ampere sind Watt. Passt ja auch als Einheit der Leistung. Und 1 zum Quadrat mal 30 sind 30. So, also kommen da 30 Watt raus für die Leistung im ersten Widerstand. Okay. Also hier haben wir schon mal erfolgreich die Leistung gestimmt. Wie machen wir jetzt weiter, um die anderen Leistungen rauszubekommen oder um die anderen Ströme und Spannungen zu berechnen in der Schaltung? Also eine aus meiner Sicht recht offensichtliche Sache wäre, ich habe jetzt den Strom hier und ich habe diesen Widerstand. Also kann ich was ausrechnen? Die Spannung. Und zwar die Spannung, fehlt mir so ein bisschen der Platz, die hier über diesen Widerstand abzählt, U1. So, und U1 schreibe ich mal hier unten hin. U1 kriege ich raus als... Genau, R1 mal I1, dann setze ich die Werte ein, 30 Ohm. Ohm sind Volt pro Ampere. Das Ganze multipliziert mit einem Ampere, kürzen sich die Ampere weg. Es bleiben Volt über, wie für eine Spannung zu erwarten. Und 30 mal 1 macht 30 Volt. Genau, macht 30 und dann zusammen mit der einer 30 Volt. So, und jetzt können wir im Prinzip natürlich die Probe machen. Ja, also diese Leistung hier müsste sich ja auch ergeben aus dem Strom und der Spannung. Ein Ampere mal 30 Volt macht auch 30 Watt passt. So, okay. Jetzt wissen wir also, diese Spannung hier, das sind 30 Volt. So, was können wir als nächstes ausrechnen? Ja, also nicht R2. R2 kennen wir ja, aber... Ja, aber bevor wir den Strom hier ausrechnen, bräuchten wir noch was? U2, ja. Und diese Spannung hier, wie kriegen wir die Spannung U2 raus? Also wir kennen die Spannung hier und wir kennen die Spannung hier. Was können wir wieder aufschreiben? Genau, ja, ein Maschensatz. Also wir können sagen, wenn ich von diesem Punkt zu diesem Punkt gehe, UQ muss genauso groß sein wie die Summe von U1 und U2. Oder ich könnte eben auch sagen, U2, ne? Ich will jetzt diese Spannung hier wissen, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Jetzt könnte ich eben auch diesen Weg hier lang gehen und da gehe ich ja der Spannung hier entgegen. Also rechne ich die Minus und die Plus. Genauso wie du gesagt hast. UQ minus U1. So, und setze ich die Zahlenwerte ein. 100 Volt minus 30 Volt macht 70 Volt. So, jetzt wissen wir, diese Spannung hier sind 70 Volt. So, und dann können wir als nächstes diesen Strom hier ausrechnen. Wie kriegen wir den Strom raus? Ja, okay, wir brauchen, du hast recht, wir können erstmal den Strom ins Gart drücken. Wir brauchen keinen Strom. Wir können hier rechnen, wenn ich hier das Umstückgesetz andersrum einsetze hier vorne und den Strom ersetze, kommt daraus U² durch R. Und das können wir jetzt für die zweite Leistung nutzen. P2 ist U2² durch R² und das haben wir gerade ausgerechnet 70 Volt² und das geteilt durch 210 Ohm. So, oben sind Volt pro Ampere, dann kürzt sich ein Volt weg gegen das Quadrat von dem Volt, dann bleibt Volt Ampere über, das ist Watt. So, und genau, aber 70, genau, also ein Quadrat kann ich hier wegkürzen und sozusagen durch die 210 teilen. Dann bleibt hier unten eine 3 über. Ja, 70, 210 sind ein Drittel. So, und 70 durch 3 kann man auch so ein bisschen schlecht im Kopf rechnen, aber man kann 60 durch 3 rechnen, das sind 20 und 10 durch 3 sind 3,3, also kommt da 23,3 Watt raus. Ah, oder 0,333 Watt, aber so genau wollen wir jetzt mal nicht sagen. So, okay, dann haben wir auch diese Leistung hier ausgerechnet. Wie können wir dann weitermachen? Genau. Genau. Ja, und die Teilung von 3, das ist weitergegangen, wir können wir nicht schreiben. das jetzt zwischen O2 mein genau 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 und das was du jetzt mir eingeflüstert hast, das nennen wir eine Spannungsteilerregel ja, sie haben eine Spannungsteilerregel genutzt um aus dieser Gesamtspannung hier die über den beiden Widerständen abfällt, diese zumindest erstmal die eine Teilspannung berechnen als Gesamtspannung mal Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand so und genauso können wir das auch noch für U4 machen, wenn wir wollen dann wäre das natürlich genauso U2 mal R4 durch R3 plus R4 so und dann kann man das jeweils einsetzen das sind, also nicht mal sondern das ist natürlich ist gleich 70 Volt mal so R3 sind 30 Ohm und die beiden Widerstände zusammen, das hatten wir hier schon mal das sind hier 105 Ohm und hier können wir genau die gleichen 70 Volt nehmen und mal R4 sind eben 75 durch 105 Ohm so und dann kürze ich natürlich Ohm gegen Ohm, die hätte ich auch vielleicht einfach gleich weglassen können so und jetzt ja, hier kann man so ein bisschen Bruchrechnung machen und kürzen was würde sich hier zum kürzen anbieten was ist ein gemeinsamer Teiler von 30 und 105 auf jeden Fall eine 5 so wenn ich 30 durch 5 Teile kommt 6 raus wenn ich das durch 5 Teile kommt 21 raus ja und hier unten genauso wenn ich das durch 5 Teile kommt 15 raus und hier habe ich auch wieder 21 so ähm was kann man noch weiter vereinfachen oder kürzen also 26 21 äh äh 27 genau also das ist beides durch 3 teilbar ja dann kommt hier 2 7 raus und das ist auch interessanterweise beides durch 3 teilbar da kommt eben 5 7 raus so und wie kann ich was kann ich noch kürzen die 70 und die 7 genau das macht dann 10 also mach die siebte weg und mach aus den 70 jeweils 10 so und 10 mal 2 sind dann eben 20 Volt und 10 mal 5 macht eben 50 Volt so wie könnte man jetzt eine kurze Probe machen ob das passt die beiden Teilspannungen sollten zusammen wieder die Gesamtspannung ergeben ja und 20 und 50 macht 70 passt ok ok so und da wir jetzt Spannung haben können wir das natürlich genauso rechnen wie hier also ich kann die Leistung P3 ausrechnen aus U3 Quadrat durch R3 und setze das ein das sind 20 Volt zum Quadrat geteilt 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 durch 30 Ohm Ohm sind wieder Volt pro Ampere kürzen sich die Volt noch nicht so direkt weg aber das Quadrat weg Volt mal Ampere macht Watt naja und ich meine ansonsten 20 zum Quadrat sind 400 400 durch 3 sind 133 und nochmal durch 10 macht 13,3 Watt und wenn ich jetzt das sind nochmal ausrechnen P4 sind eben U4 Quadrat durch R4 und da haben wir jetzt mehr Spannung nämlich 50 Quadrat Volt Quadrat geteilt durch 75 Ohm so und ja also auch wieder aus den Einheiten hier jeweils ein Ampere und ein Watt so und äh genau wir könnten jetzt irgendwie noch durch 25 teilen also ich mache mal aus dem 50 Quadrat mache ich jetzt tatsächlich mal ein 50 mal 50 ja damit ich hier einfach irgendwie was kürzen kann und hast recht dann kann ich durch 25 teilen dann steht da zwei Drittel ja so also 50 mal 2 durch 3 mach mach 33 abbekommt oder oder was gibt es bis dahin erstmal für Fragen ich gucke mal kurz in den Chat im Chat ist auch nichts passiert da gibt es eine Frage weil genau also gute Frage wie ist dieser Strom hier berechnet worden wir haben den Gesamtwiderstand der Schaltung ausgerechnet ja und der Gesamtwiderstand der Schaltung ist im Prinzip der Widerstand an diesen Klemmen hier wir haben wir haben von hier reingeschaut ja also von von der Stelle hier von diesen beiden Klemmen rein in die Schaltung das war hier der Gesamtwiderstand und dann fällt dir einfach die Quellspannung über diesen Gesamtwiderstand ab und dann ist das einfach der Gesamtstrom der da oben rein fließt Gesamtspannung durch Gesamtwiderstand und dann 100 Volt durch 100 Ohm macht eben eine Ampere so ich habe ja vorhin hier mal so angesetzt hier kurz diesen Strom auszurechnen ja und wir sind jetzt irgendwie sind wir haben wir das auch nachher geschafft die Leistung ohne den Strom auszurechnen wir könnten jetzt ja trotzdem nochmal versuchen den Strom auszurechnen weil wir haben ja die Spannung und wir haben ja auch den Widerstand und wenn ich wieder einfach sage Strom ist U durch R U2 durch R2 70 Volt durch die 210 Ohm so Ohm sind Volt pro Ampere so und 70 durch 210 genau macht ein Drittel ich kann die Nullen wegkürzen ich kann die 21 durch drei teilen durch sind kommt drei raus also das macht genau ein Drittel Ampere so und jetzt kann man sich überlegen also hier fließt ein Ampere drauf hin und hier fließt jetzt ein Drittel Ampere nach da unten weg also muss dieser Strom der hier fließt den nenne ich mal I 3 4 der muss wie groß sein 2 Drittel der muss Knotensatz mäßig I 1 minus I 2 sein und 1 Ampere minus 1 Drittel Ampere macht 2 Drittel Ampere so und dann könnten wir nochmal gucken also 2 Drittel Ampere die durch einen 30 Ohm Widerstand fließen ja dann könnte ich diese Spannung U3 hier natürlich genauso ausrechnen aus R3 mal dem I 3 4 und 20 Quatsch 30 Ohm ich war schon beim Ergebnis 30 Ohm mal 2 Drittel Ampere oben sind Volt pro Ampere die Ampere kürzt nicht weg es bleiben Volt über und 30 mal 2 Drittel macht 20 ja das passt und jetzt kann man sich vorstellen wenn ich das hier unten mit dem rechne also nochmal U4 mir ausrechne aus R4 mal I 3 4 dann sind das eben 75 Ohm mal 2 Drittel Ampere mit der gleichen Einheiten Rechnung und 75 durch 3 macht wieder 25 25 mal 2 macht 50 Volt kommen wir auf die gleichen 50 Volt und das heißt das das passt also natürlich was wir jetzt hier mit Spannungsteiler gerechnet haben das funktioniert in dem Fall auch gut und ich meine jetzt könnte man natürlich nochmal genauso so eine Probe machen und sich wieder von innen nach außen vorarbeiten aber das passt jetzt alles es hat jetzt alles funktioniert also die beiden Spannungen zusammen machen wieder die 70 und die 70 und die 30 machen wieder die 100 und die beiden Ströme zusammen ergeben auch den Gesamtstrom also funktioniert und passt das alles in der Schaltung so was gibt es noch für weitere Fragen erstmal alle soweit happy ja so dann also was man bei der Aufgabe jetzt auch noch machen kann und deswegen habe ich mir extra hier noch so ein bisschen Platz gelassen ja also worüber man jetzt bei dieser Aufgabe noch so kurz nachdenken kann ist irgendwie vielleicht eine andere Art und Weise solche Schaltungen zu berechnen oder zu bestimmen oder über solche Schaltungen nachzudenken und so ein bisschen so eine grafische Variante und zwar können wir uns immer ein also ich mal jetzt mal so ein ich mal jetzt mal ein Diagramm und in dem Diagramm ist die Richtung ist immer Spannung und die Richtung ist sozusagen Strom so und für jeden Widerstand male ich ein Kästchen und das Kästchen ich mache mal hier so sozusagen hier neben so prototypisch eins hin also das Kästchen hat immer in die Richtung Spannung und in die Richtung Strom so und immer ein Widerstand wird durch so ein Kästchen repräsentiert und die Höhe des Kästchens entspricht der Spannung die über den Widerstand abfällt also vielleicht sollte ich Spannung in die andere Richtung zeigen weil wir Spannungsabfälle da mal nach unten einzeichnen ist vielleicht weniger verwirrend aber ist eigentlich im Prinzip egal und also die Höhe es kommt nicht auf die Richtung es kommt nur auf die Höhe an und die Breite von dem Kästchen ist der Strom der durch den Widerstand durchfließt und auch hier also vielleicht mache ich einfach so ein Pfeil in beide Richtungen egal in welche Richtung der Strom fließt es kommt nur auf die Breite und Höhe an nicht auf die Richtung so ok so und jetzt kann man sich überlegen was in diesem Kästchen oder was von diesem Kästchen entspricht dann der Leistung der Flächeninhalt genau weil Leistung ist U mal I also der Flächeninhalt von diesem Kästchen das wäre die Leistung so und was von diesem Kästchen entspricht sozusagen dem Widerstand die Widerstandsformel haben wir jetzt hier gar nicht mehr so richtig an der Tafel zu stehen aber ich kann hier nochmal hinschreiben Ohmsches Gesetz oder eben Widerstand R ist U durch I so und das heißt also wenn ich einen großen Widerstand habe dann habe ich viel Spannung wenig Strom dann kriege ich ein schmales Kästchen hin so wie ich schmales Kästchen hoch und schmal wenn ich einen kleinen Widerstand habe ein kleiner Widerstand heißt relativ wenig Spannung viel Strom also ein kleiner Widerstand wäre ein niedriges breites Kästchen kann ja die Kiste von meinem Tablet also das wäre ein relativ großer Widerstand und das wäre ein kleiner Widerstand also das Seiten Verhältnis das macht Widerstand so und jetzt können wir im Prinzip uns genauso das so ein bisschen überlegen wie in dieser Aufgabe und diese Widerstände die sind eben relativ groß also bei 75 Ohm ich kriege jetzt schwer was gezeichnet das 75 mal so hoch ist wie es breit ist aber ich naja ich könnte was zeichnen auf den Platz den ich da noch habe ohne Probleme was also wenn ich die zum Beispiel alle durch 100 Teile 0,75 ja das kriege ich hin etwas was irgendwie 4 Einheiten breit ist und 3 Einheiten hoch oder im Prinzip 100 Einheiten breit und 75 Einheiten hoch so und mit dem fange ich mal an also ich zeichne den mal hier drüben hin ich mache mal hier so ein bisschen Platz hier drüber also ich mache jetzt was was irgendwie eine gewisse Länge hat Einheiten und jetzt bräuchte ich eigentlich im Prinzip ein Lineal dass ich 3 Viertel davon abmessen kann habe kein Lineal ich hätte mir eins mitbringen sollen aber ich mache mal so aus dem Gefühl aus der Menge so würde ich sagen ein bisschen höher müsste es wahrscheinlich schon noch sein also bräuchte man im Prinzip ein Lineal damit man das abmessen kann also eine Länge und von der Länge machen wir vielleicht hier Hälfte 3 Viertel so das müsste ich jetzt hier ungefähr hoch also da komme ich vielleicht ungefähr hier also das ist jetzt dieser Widerstand das ist jetzt R 4 schreibe ich mal so dran das ist R 4 mit 75 Ohm und 75 Ohm heißt der ist eben 100 breit 75 hoch ja so jetzt ist zudem in Reihe geschaltet dieser Widerstand hier mit den 30 Ohm und Reihenschaltung heißt ja durch den fließt der gleiche Strom aber die Spannung agiert sich in der Reihenschaltung so und das soll ja Strom sein das ist Spannung wenn durch den neuen Widerstand jetzt hier der gleiche Strom durchfließt dann muss der genauso breit sein kann ich den ja auch schon mal so dran zeichnen praktisch also der Widerstand R3 kommt jetzt hier einfach noch so drauf und der ist jetzt auch 100 Länge Einheiten breit und hier wäre 0,5 dann wäre hier vielleicht 0,3 der ist jetzt nur so hoch so wie das hoch ist der ist ja viel kleiner der Widerstand also das könnte der gleiche Abstand sein das ist jetzt dieser hier das ist jetzt R3 mit 30 meint 100 breit 30 hoch ok jetzt habe ich diese beiden Widerstände schon mal praktisch grafisch zusammengeschaltet wie gesagt das Höhen Breiten Verhältnis entspricht dem Widerstand die Fläche entspricht der Leistung das ist der Strom das ist die Spannung so jetzt welcher ist der nächste Widerstand der jetzt irgendwie angeschaltet ist R2 und über R2 fällt die gleiche Spannung ab und R2 hat 210 Ohm wenn ich das wieder durch 100 teile dann hat der im Prinzip eine gewisse Breite und ist 2,1 mal so hoch so und über dem fällt ja die gleiche Spannung ab also ich muss jetzt im Prinzip hier eine Fläche dran zeichnen in die Richtung eine Fläche dran zeichnen so dass nachher das hier unten die Breite mal 2,1 genau die Höhe ergibt ja oder ich müsste jetzt im Prinzip hier mit dem Lineal messen wie hoch ist denn das durch 2,1 teilen dann kommt die Breite raus so und das zeichne ich jetzt auch mal so nach dem Gefühl ein das ist dann ungefähr ich sag mal so so roundabout also jetzt hat er hier eine Breite und das ist eben 2,1 mal so hoch naja doch kommt schon hin meint es muss schmaler sein muss breiter sein aber wenn ich jetzt hier so messe also guck mal das und jetzt mal 2 und ein bisschen passt eigentlich super gut also ich will mich jetzt nicht selber loben aber schon stark ja schon nicht schlecht so das jetzt R2 und R2 hatte die 210 oben und deswegen ist der eben vergleichsweise hoch so jetzt kann man gucken ihr habt natürlich auch vielleicht so ein bisschen tricksen können also das muss jetzt genau 2 Drittel Prinzip unser Gesamtstrom sein das muss ein Drittel von dem Gesamtstrom sein so wie wir das vorher ausgerechnet haben so und jetzt ist jetzt haben wir die drei Widerstände jetzt kommt als nächster natürlich der hier und der ist wieder in Reihe und in Reihe heißt durch den muss jetzt der gesamte Strom fließen so also hier haben wir den einen Teil Strom hier haben wir den anderen Teil Strom hier muss jetzt der Gesamtstrom sein ja und so und jetzt muss der hier so hoch gehen und das ist wieder genau wie hier ein 30 Ohm Widerstand also was auch immer der hier für eine Länge hat das muss ich jetzt wieder nehmen mal 0,3 rechnen und dann kommt meine Höhe hier raus so jetzt mache ich die Höhe der muss jetzt eigentlich im Prinzip genau das gleiche Verhältnis haben wie dieser Widerstand hier ja so vom Seitenverhältnis her so und dann ist das R1 mit nochmal 30 Ohm so und naja wenn man wenn man das jetzt Prinzip Maßstabsgetreuung vernünftig gerechnet hat dann müsste da jetzt im Prinzip als ja was müsste jetzt eigentlich exakt für eine Form rausgekommen sein also ich habe hier was das hatte diese ja 0,75 0,3 ein bisschen anderes ich habe jetzt hier 1 Ampere ich habe hier 100 Volt und ich habe aber eigentlich alle Widerstände irgendwie durch 100 geteilt ein Quadrat ganz genau also eigentlich wenn man das jetzt alles richtig gezeichnet müsste das eigentlich genau ein Quadrat sein also und und weil ich weil ich alle Widerstände 100 geteilt habe ansonsten wäre das jetzt eben ein sehr schmales Ding was 100 mal so hoch ist wie es breit ist aber das lässt ich jetzt natürlich schwer zeichnen und wenn ich jetzt naja also so richtig ein Quadrat ist es nicht geworden aber es kommt dem hinreichend nah so und jetzt ist im Prinzip die Sache also das hier unten ist mein das gesamte ist das 1 Ampere das hier sind die 2 Drittel Ampere das hier sind die 1 Drittel Ampere so das hier sind eben 70 Volt das sind 20 Volt und 50 Volt und die gesamte Höhe sind eben 100 Volt weil das hier nochmal 30 Volt sind und dann ist das einfach also eine andere Art und Weise diese ganzen Zahlenwerte die wir hier ausgerechnet haben sich nochmal zu veranschaulichen und zu versinnbildlichen und natürlich muss das hier auch alles zusammenpassen also ich kann nicht hier 25 und 60 haben oder so dann kommen eben 70 raus das muss schon jedes Seitenverhältnis muss zu dem Widerstand passen jede Breite und so muss zu dem Strom muss zu den Teilspannungen Gesamtspannungen passen und ich meine wenn man das jetzt zeichnet naja dann kann man sich schon vorstellen also flächeninhaltsmäßig das hier ist mit Sicherheit die kleinste Fläche naja die kann auch nicht so richtig was reißen und zwischen dem einen ist so ein bisschen unentschieden aber am Ende gewinnt eben die aber naja also mit grafisch da drauf gucken unser Auge ist nicht sehr gut darin Flächeninhalte einzuschätzen ja aber Fläche hier drin ist eben genau Leistung also der Flächeninhalt ist diese Leistung dieser kleine Flächeninhalt sind die 13 Watt dieser Flächeninhalt sind die 23,3 und der hier ist dann der Größte mit 33,3 Watt und finde ich einfach mal eine interessante Sache sich so als grafische Analogie also praktisch jede Schaltung wo ich eine Quelle habe und irgendwie eine Zusammenschaltung von Widerständen also das funktioniert sogar auch dann wenn die Widerstände nicht nur in Reihe und parallel sind also bei dieser Aufgabe mit diesem verfixten Brückenwiderstand zum Beispiel selbst dann könnte ich so ein Bildchen malen ja dann wäre manchmal so ein ja so ein so ein so ein kleines Rechteck eben so eingekestelt von den anderen Rechtecken und und nicht nicht überall in Reihe und parallel zu irgendjemandem selbst dann würde das noch funktionieren also finde ich einfach mal eine interessante Sache nochmal zum Beispiel so als Probe man ist sich nicht so sicher was man gerechnet hat dann kann man mal so ein Bildchen zeichnen um zu gucken ob das alles so passt in der Schaltung so